Liebe Claudia, lecker, lecker, lecker war dein Vortrag hier beim European Speaker Award 2023. Zurecht standest du hier als Finalistin, zurecht hast du das Publikum begeistert mit deiner Art, mit deiner Fachkenntnis. Als Ordeuvre gab es deine Lebensgeschichte, wie du nicht in die Frühpension gegangen bist. Plan principal, Hauptgericht, war Cook Your Life, wo du jeden dieser Worte einzeln erklärt hast, was ich sehr logisch und sehr knackig fand und dann als Nachtisch hast du noch gezeigt, wie man das alles direkt umsetzen kann im eigenen Leben, wie man selber gesünder sich ernähren kann. Das hat mir das Ganze noch versüßt und ganz ehrlich, super lecker, herzlichen Dank, war großartig.